Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 7. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1003 und heute mit den folgenden Themen. PostFinance, AVM, Deezer, NIO, Google Assistant, Lenovo, Petal Maps und Acara Hub. Ich beginne gleich mit PostFinance. Es ist endlich soweit. Die PostFinance hat gestartet und zwar mit Apple Pay. Ab sofort könnt ihr eure Kreditkarten aus dem Hause PostFinance, der Schweizer Post, auch mit Apple Pay füttern und somit da bezahlen. Es ist endlich vollbracht. Die letzte grosse Bank. Nee, ist Raiffeisen jetzt da? Nee, ich glaube, die haben es nochmals verschoben, oder nicht? Nee, Ende März hat Raiffeisen es eingeführt. Na, dann haben wir jetzt alle grossen Banken. Schöner Moment. Wie schaut das da mit Google Pay etc. aus, Samsung Pay? Muss man mal ein bisschen genauer nachforschen. Dann gibt es Neuigkeiten für alle, die eine 7590, eine Fritzbox aus dem Hause AVM haben. Da gibt es ein neues Update auf die Version 7.2.7 beim Firmware. Da sind unter anderem Verbesserungen beim Internet, WLAN, Telefonie deckt und im System generell mit integriert. Wer also so eine Box hat, installiert es euch und habt Freude daran. Dann gibt es Neuigkeiten für den HomePod Mini, logischerweise. Der kann ab sofort jetzt auch Deezer streamen. Ein Ding, was Apple ja schon länger geöffnet hat und Spotify logischerweise nicht macht. Dann können sie nämlich vor Gericht besser jammern. Aber eigentlich könnten sie es. Deezer hat sich jetzt entschieden, es zu tun. Hat es umgesetzt und ab sofort kann man mit Hallo, Apple-Tante. Ich spreche es nicht aus für euch. Spiel Dance Monkey auf eben Deezer etc. Und solche Geschichten könnt ihr machen. Viel Spass damit für alle Abonnenten dieses Streaming-Dienstes. Dann gibt es Neuigkeiten vom e-Core-Hersteller Nio. Das ist ein chinesischer Hersteller, der, wie sie sagen, eher im höheren Preissegment, also im Premium-Bereich, angesiedelt ist, womit sie in China nicht ganz so viel verkaufen können wie logischerweise in anderen Ländern. Und deshalb ist für sie USA und Europa sehr ein interessanter Markt. Man startet in Norwegen, möchte aber auch relativ schnell nach Deutschland kommen und auch hier auf die Strassen gehen. Was bieten sie? Sie bieten Elektroautos in guter Qualität zu einem für unsere Verhältnisse sehr günstigen Preis. Ich konnte leider nicht auf die Schnelle herausfinden, wie viel das so ein günstiger Preis ist. Aber die Dinger sind ja in China nicht unbedingt teuer. Dann gibt es auch Neuigkeiten zum Google Assistant. Der kann jetzt mittlerweile oder der kann bald schon eine Einstellungsfunktion neu erhalten bekommen. Mein Gott, Deutsch. Der wird eine neue Einstellungsmöglichkeit bekommen, wo ihr regulieren könnt, wie stark, dass er auf das Keyword, auch das spreche ich nicht aus, hört, um zu reagieren, weil es teilweise zu wenig stark reagiert. Bei mir ist in letzter Zeit so, dass er viel zu viel reagiert, und vor allem auch bei vielen Wörtern und Sätzen, wo ich das überhaupt nicht sage. Also ich würde da dann eher in die Gegenrichtung regulieren. Und dann kommt ein neues Feature, was wir von Apple auch kennen, was ich jetzt vernamentlich nicht gerade weiss. Intercom heisst es, glaube ich, wo man zwischen einzelnen Homepods kommunizieren kann mit der Familie. Und das gibt es jetzt auch bei Google, Familienbenachrichtigungen. Da kann man jetzt Dinge von einem Zimmer ins andere bringen. Ich freue mich schon, wenn ich meine Töchter dann über den Smart Speaker in die Küche ordern kann, oder wo auch immerhin ich sie dann gerade haben möchte. Lenovo hat im Weibo-Chat ein neues Device vorgestellt, ein neues Yoga-Tablet. Das Besondere daran ist, es hat einen HDMI-Input. Das heisst, man kann es nicht nur als Tablet nutzen, sondern auch als externen Screen. Ich hatte gerade die letzten drei Wochen einen externen Screen von Lenovo, so einen kleinen, mobilen, dünnen, hier im Test. Dazu gibt es nächstens ein Video von mir. Das ist schon genial, vor allem hier im Podcaster-Schreibtisch, drüben beim Schreiben oder wo auch immer. Einfach so ein kleines, einfaches Display, was auch noch Stiftunterstützung hatte. Ich bin gespannt auf das neue Gerät, was da kommt. Dann gibt es einen kleinen Hinweis, Werbung in eigener Sache, zu meinem neuesten Video über die Paddle Maps. Das ist das Huawei-Pendant zur Google Maps. Wer das sich mal ein bisschen anschauen möchte, wie gesagt, es gibt ein Video dazu. Und gerade gestern vorgestellt, der neue Hub von Acara. Ich habe euch mal zusammengefasst, welche Hubs es aktuell zumindest schon zu kaufen gibt bei uns von Acara. Das ist der Acara Hub, dann der Acara Hub M2 und der Acara G2H. Letzteres ist die Kamera mit integriertem Hub. Und eben für wen das jeweilige dann gut zu gebrauchen ist. Somit viel Spass beim Reinlesen und euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und dann ja, bis nächste Woche wieder, weil es ist ja schon Wochenende vor uns. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.